Ein neuer Tag, ein weiteres Abenteuer. Doch erstmal möchte ich mich im Gasthaus ein wenig ausruhen bei dem Tobi. Oh, Mario, willst du hier schlafen? Oh ja, bitte. Bisschen Pause kann nicht schaden. Freut mich sehr. Keine Bezahlung bitte, ja? Wo du extra mit Tobi gespielt hast? Dankeschön. Das habe ich gebraucht. Wer schläft denn da mit mir? Link? Link, mach auf! Hi, boy, braucht dich! Oder keine Ahnung, wenn du aus irgendwelchen Abenteuerkommst. Ist das nicht der aus Link to the Past? Ich weiß, das ist der, oder? Willkommen zurück zu Super Mario RPG. So, und beim letzten Mal haben wir den Yoshi getroffen und haben dem Yoshi bei seinem Rennen geholfen. Und heute machen wir die Story weiter, denn wir können jetzt zu einem neuen Gebiet rübergehen, und zwar zu dem Maul-Dorf. Das ist doch kein Maul-Dorf, ein Maul-Dorf. Wegen Maul-Wurf? Egal, ihr wisst, äh, egal. Sorry, ich wollte den dort nicht erklären. So, was gibt es denn hier so Schönes? Hallo? Eine Übernachtung kostet 10 Münzen. Na, schläft ihn gefährlich? Nee, sorry, ich war gerade schon. Sorry. Oh, hi. Habe ich gleich gesehen. Piff ist hoch zum Berg gelaufen und den kleinen Puff hat sie auch noch mit dabei. Aber dann ist ein Stern auf den Berg gefallen und nun sollen die beiden wohl unter Feld eingeschlossen sein. Hm. Okay, wir müssen ein paar Maul-Würfen wohl helfen, wie es scheint. Du, 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 du. Mir ist es cool hier. Sie ist gerne reich cool in dem Spiel, aber. Ja. Oh, harte Hintergrund. Hm, das ist... Hat was. Hat doch auf jeden Fall was. Hi. Wir haben mal rein spaziert und viel Spaß auf Störbern. Fast alle sind drauf zum Berg. Nur ich muss mich weiter um den Laden kümmern. All das hast du denn sein. Was ist denn was Gutes? Medium Pilz. 80 Kp wieder her? Oder? Achon Siehob. Statt 40... Oh, ja. Du, gib mir mal direkt zwei davon. Äh. Oh Gott, war das klug? War das nicht? Boxhandschuhe. Schickt Gegner auf die Bretter. Zimbeln machen. Ohrenbetäubenden Lärm. Oder Fingerknarre. Also, ja, haben wir schon. Aber die beiden haben wir noch nicht. Boah, plus 30. Also, sorry, aber. Das braucht er auf jeden Fall. Und wir haben genau noch genug Geld für die Boxhandschuhe. So ist es mal auch mal direkt aus. Mega Latzhose. Eine robuste, knitterfreie Latzhose. Mega Hose. Eine robuste, knitterfreie Latzhose. Arbeitshose. Eine durchgeschwitzte Arbeitshose. Hä? Warum heißt das einfach nur Arbeitshose? Egal. Und Mega Cape. Ein robustes, knitterfreies Cape. Wenn wir jetzt Geld hätten, ne? Aber warte mal, ich kann noch was kaufen. Den Cooper Panzer zum Beispiel brauche ich auch nicht mehr. Den Hammer habe ich glaube ich auch schon verkauft. Ne, die alten Waffen brauchen wir halt nicht mehr. So, deshalb. Einfach verkaufen, denn die neuen sind besser. Hä? Den Hammer habe ich noch. Oder kann man den nicht verkaufen? Das kann sein. Das kann tatsächlich sein, dass man den nicht verkaufen kann. Weil hier wird ja nicht angezeigt, ne? Na gut. Dann kommen wir auch später nochmal zurück. Wir haben einfach mal jetzt ein paar stärkere Items. Das freut mich. Es ist halt der nicht. Piff steckt in der Biene fest. Okay, warum aber Piff ist. Irgendein Maulwurf, dem wir wohl helfen sollten. Wer hat bestimmt mehr Infos zu, wo der nächste Stern ist. Ne? Na, Mann, Papa sitzt zum Berg und wollte doch auf dem Rechten schauen, ob sie wohl irgendwas finden werden. Also wenn sie was finden, dann sollen sie es mir bitte übrig. Was war das? Bowser! Eure Grimmigkeit, unsere Kameraden der sortierten Scharenweise. Was sollen wir nur tun? Und diesmal unser Gegner gar nicht Mario ist. Mit sowas haben wir doch keine Erfahrung. Schluss mit dem Gejammer. Für unser Feind ist es egal. Ich bin der größte, fieseste und stacheligste Schurke Wald und Breis. Und da kommt ein dahergeflogenes Schwert vom Himmel und wirft mich aus meiner eigenen Festung. Wenn das die Welt erfährt, wenn das Mario erfährt, mein schlechter Ruf wäre ruiniert. Wasser wärst du ja da gut geil. Als Oberbösewicht hat man auf sein Image zu achten. Jawohl! Und genau deshalb ziehen wir jetzt los und hämmern dem Festungstieb die Flausen aus dem Blech. Mir nach! Kämpfen die Gumbals rollen. Oh Gott. Bowser Stimme. Okay, wir müssen herausfinden, was genau Bowser fort. Oh, er war gerade hier. Wir hätten mit ihm reden können. Aber okay, vielleicht war er jetzt auch nicht so klug gewesen. Ähm, boah, hier gibt es so viel zu erkunden. Ich weiß gleich, wo lang. Geh mal hier lang. Hallo. Auch hier ist ja niemand. Ist ja langweilig. Da wohnt dann später bestimmt noch jemand. Geh ich mal von aus. Hat ein schöner Schildes von mir mal auf den Berg runtergefallen. Ich wollte ihn mir so gerne selbst anschauen gehen. Aber Mama meinte, es wäre doch viel zu gefährlich. Wollt ihr auch? Ja, Mama ist los und wollte sich den Berg anschauen. Aber sie ist schon total lange fort. Was macht sie denn jetzt bloß? Sie sagen alle das Gleiche. Ja, ich habe ein Verstandenspiel. Ich muss zum Berg. Ein Schildes auf den Berg gefallen und nun sind zwei Kinder unter Geröll gefangen. Sogar ein Erwachsener schreckt nur fest. Ich beurte dich, Mario. Hilf uns. Rette die Verschütteten. Oh, hi. Ah, ist da oben? Arbeitet sie noch immer wie Beste dessen? Ja, und die Männer auch graben, was die Krallen hergeben. Ich habe mitgehalten, so gut ich kann. Aber irgendwann war ich einfach zu erschöpft. Oha. Was geht denn da ab? Okay, warte. Können wir hier rein? Die armen Kleinen. Hoffentlich sind sie wohl auf. Ja, es ist schrecklich. Aber für dich ist es nicht gut, wenn du weiter hier verzweifelst. Und uns hilft es auch nicht. Was versucht sie da? Okay, sie geht lieber weg. Ach, ich kann mir gar nicht ausmachen, wie es der Ärmsten gehen muss. Hier geht es einfach nicht weiter. So erreichen wir die verschütteten Kinder nie. Und schau, da oben ist immer noch der alte Mineingang. Dadurch käme mein Problem aus in den Stollen, aber... Na, der liegt viel so weit oben. Da kommen wir in ihrem Leben hoch. Wenn nur Mario hier wäre, der würde den Eingang sicher mit einem einzigen Satz erreichen. Ja, das stimmt, wenn nur Mario hier wäre. Gütige Grabekralle. Da steht er ja. Mario, wie er leibt und lebt. Das nenne ich mein Glück. Okay. Mario, weißt du, was geschehen ist? Allerdings. Habt ihr schon fünfmal gesagt. Mario, hilfst du den Verschütteten? Nö. Lass uns nicht mit dem Stich machen, wir zählen auf dich, bitte. Ja, okay. Du bist der große Mario. Okay, dort oben geht's in den Stollen rein. Los, wir machen eine Räuber... Äh, Ritterläuter. Sprich auf uns drauf. Äh, wie heißt es mit Nein? Mauerwurf nie. Ich werde erst mal gucken, was die hier oben alles treiben. Es geht hier so schnell alles ab. Hey. Unsere Männer schürfen drin, was das Zeug hält. Ich versuche dabei mein Glück von hier außen. Jeder muss alles zum, was er kann. Okay, die versuchen einfach nur, die Kinder, die verschollen sind, zu retten. Okay. Na, komm. Ich rutsche ab von euch. Ah. Okay, wir haben es auch geschafft. Rein in die Mauerwurf-Minen. Und da sind auch schon die ersten Gegner. Eine verglitschte Flamme und auf einmal... ...ein paar Mag-Maxis. Okay, interessanter Name. Boah, wir machen gar kein Damage gefühlt. Oh. Ich wusste nicht genau, wie das funktionierte. Okay. Äh, lesen uns mal den Gedanken. Was die überhaupt können. Ah, Feuer also nicht. Oh, ja. Nicht so wirklich was. Gestern bin ich auf einen sehr spitzen Stein getreten. Das tut immer noch weh. Fast schon so schlimm wie Lego. Oha. Heute haben wir keine Babys bei sich. Oha. Okay, zack, zack und dann bam machen die. Ah, ist das nicht so gut, ne? Jetzt bin ich fast tot. Ich fahr' mich, was der Yoshi macht. Rufe im Kampf ein Yoshi herbei. Ich mach das mal. Yoshi! Nyaam. Nyaam. Wuh. Da wird ein Bonbon gegeben. Oh. 100 Kp steht da wieder her. Ich glaub, Yoshi macht random irgendwelche Sachen. So wie das, äh... Diese, diese Toads-Hilfe, die wir mal hatten. Aber jetzt soll er es nicht mal haben? Keine Ahnung. Machen wir einen Super-Jump! Bam! Bam! So oft es geht, damit dieser Gegner leiden muss. Yeah! Okay, du machst eine Kp-Regen auf deinen besten Freund hier. Da der kann's gebrauchen, auch da der kann das Gubel-Leiden, du-du-du-du-du. Bam, bam, bam! Ah, so ist es. Okay. Ich hab' es langsam drauf. Aber noch nicht ganz. Bam, bam! Oh, Dreiler muss ich diesmal drücken, okay. Oh, ich hab' ne neue Waffe für Mäler. Hab' ich auch gar nicht gemerkt. Der hat jetzt so... Ja, wie nennt man die denn? Bei so'n Schlagzeug. Wir wissen, was ich meine. Wann hat er das jetzt? Wie cool. Oh, die Flamme. Oh, Hilfe. Ähm... Okay. Warte mal ganz kurz. Ausrüstung. Wir haben... Zimbeln. Ah, machen Ohren betäubenden Lärm. Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Okay, macht Sinn. Äh! Die Hotheads. Hä, was bist du, Feiner? Enigma. 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 Wie ein Fleung, aber... Mit so kleinen Katzenpuffels oder sowas. Der muss auf jeden Fall erstmal verschwinden hier. Bam! Okay. Damage war in Ordnung. Bam, bam, bam! Ja, dreimal schlagen muss man hier. Okay. Was denkt sich der Enigma? Das ist ein cooler Name übrigens. Ah, Sprung. Zusammenbleiben. Und die Formation. Ich rede mit dir ein linkes Ohr. Du hängst schon wieder. Ja, stimmt. Sieht man. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam Ich muss den jetzt killen. Alter, nein. Oh. Der lebt immer noch. Ist aber auch ein starker Feind, steht da ja. Bam. Ich kann mich ein bisschen am Schatten orientieren. Boah. Alter, wie ich das immer hinkriege. Bam. 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 Bitte. Kill. Ich. Jetzt. Sonst. Kill. Er. Mich. Boah, wie die es da fallen sind. Und ein Groschenkimm auch. Oh, Mario, das hast du, der so verdient. Wäre es mit ein bisschen mehr Magieangriff. Das wäre auch ganz nett. Okay. Moment. Ich weiß, dass ich extrem viele Pilze noch in meinem... ...in meiner Marius-Haus-Box habe. Das sind noch ganz viele Pilze. Deshalb gehe ich eben holen. Aber ich kann einfach den hier machen, oder? Stimmt. Schau mal, wie schnell das geht. Marius-Haus auswählen. Dann sind wir hier. Den ersten Pilz benutzen wir schon mal. Damit wir Platz haben für die zehn Pilze, die wir hier drin haben. Alle nehmen. Und dann können wir uns das Zeug auffallen. Bam. 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 Ja. Das geht tatsächlich relativ schnell jetzt. So, Mauldurf. Für den Namen ganz lustig. Wenn man drüber nachdenkt. Hihi. So, brauche ich noch irgendwelche Items? Eigentlich ist es okay, was wir haben. Wir müssen nur jetzt mehr leveln. Ja, Melo ist jetzt am underlevelsten. Er ist level sechs immer noch. Das fixen wir so bald wie möglich. Aber jetzt erst mal aus dem Weg. Oh Gott. Was? Hey, du da. Nein. Ich war stuck. Ein normaler Enigma. Das geht ja noch. Das geht ja noch. Bäm. Boah, wie viel Damage wir jetzt machen. Das ist noch heiß. Das gefällt mir heute. Einfach angreifen. Bam, bam, bam. Okay, ich glaube langsam habe ich es raus. Kann ich bitte noch ein bisschen Honigsirup haben? Buh, buh, buh. Wut, ne? Und zack. Also ohne Witz. Gino ist besser unser bestes Teammitglied. Das ist einfach richtig stark. Hey, du da. Hey, da. Schon gehört? In dieser Mine seit seltener items geben. Wenn ich die finde, die verkauf ich für reichlich Zaster im Dorf. Münzen segen. Ich komme. Bruder, da sind Gegner überall. Siehst du die nicht? Die scheinen ja auch nicht zu sehen, ehrlich gesagt. Oh Gott, wo geht's denn lang? Da geht's weiter. Was ist denn hier? Hä? Dürfen wir nicht lang? Spiel sagt nein. Na gut. Links oder rechts? Oder nach oben? Ich gehe nach links. Ah, ha, ha, ha. Okay. Hier lang? Warte, ich habe noch den Alarmring ausgerüstet, oder? Ja, Alarmring. Hm. Okay. Falscher Weg. Ah. Bob-Bombs. Oh mein Gott. Oh, oh. Da müssen wir aufpassen, weil die können, wie gesagt, explodieren. Das wollen wir natürlich nicht. Aber wir müssen sie schnell analysieren. Für mehr Info. Bei Feuer stellen die doch bestimmt sofort, oder? Äh, 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 äh. Ihr explodieren. Das wird T-Ton. Alter. Ja, habe ich gemerkt. Okay. Bam, bam, bam. So, Mello. Mach ihn down. Äh. Boah. Mach noch immer so viel Damage. Not good. Aber jetzt ist Mello auch eigentlich sein Level Plus. Du kriegst mal mehr Kraft, denn das brauchst du ganz dringend. Wie lange geht in die Höhle? Hi! Mario, willst du uns helfen? Das wäre klasse. Da geht es dir für erst nicht weiter. Hier müsste erst mal gesprengt werden, und zwar mit irgendeiner Art Bombe. Ob du eine finden könntest? Ich habe gerade gegen eine gekämpft, Junge. Hm, aber sonst... Habe ich sonst noch irgendeine Bombe? Nee, ich habe gar keine Bombe. Auch keine Spielzeittechniken, die explosiv wären. Gar nichts. Okay. Das hier war leider erst mal eine Sackgasse. Wahrscheinlich auch erst für später gedacht. Ach, Mist. Ich habe ihn nicht gesehen. Nee, komm, hau mal ab. Das tut uns nicht. Und du tut uns nicht auch nicht. Gott, die hat jetzt nicht ziemlich schlimm. Die können hier fliegen, Mann. Moing. Aua. Oh, Mama Mia. Schau mal, der Kerl hat Minzen. Kästliche Klau geeignete Minzen. Los, blindert ihn die Taschen leer. Brav. Und den Schnauzmann lassen wir einfach hier im Dreck liegen. Abflug, Amigos. Hehehe. Hey, come back. Juppieke Kroko. Mario, Kroko hat uns wieder überlistet. Und unsere Minzen hat er auch Stiepitz. Jagen wir den Fieslängen und holen wir sie uns wieder zurück. Ich war zwar sowieso pleite, aber ihr habt einen Punkt. Warum leuchtet das hier eigentlich so auffällig? Oder bin das nur ich? Mensch, Kroko. Was fällt dir ein? Bäh. Sackgasse. Aber so schnell kriegst du mich nicht, Schnauzmeister. Der Minzenklau von Welt hat nämlich immer ein feines Bämmchen dabei. Für jeden Fall der rechte Knall. Dann coolen Hut. Minibob-Oms. So Cartoon-Charakter wie die rennen. Hinterher. Aber bitte nicht auf diese komischen Stachel. Ne, ich habe einen Steingegner. Fallen. Wee. Danke, dass du den Weg aufmachst. Aber warte mal. Das ist ein Secret. Ne. Oder? Oh, das führt hier hin. Das war eine Abkürzung. Aha. Ah, interessant. Der ist hier lang gerannt, ne? Ich glaube schon. Ja, ich habe die gerade gesehen. Wo? Cluster. Wer ist das denn? Cluster? Neuer Gegner auf jeden Fall. Bam, bam, bam. Ich mache so gar kein Damage, ey. Cluster, wer bist du? Siehst aus wie Phrygometri aus Pokémon. Aber ein bisschen anders. In der Regionalform. Greif ihn mit Magie an und dir werden die Spitter um die Ohren fliegen. Style. Wie der richtig aussieht. Auah. Auah. Eins, zwei, drei. Ah, was ist daneben? Ich kann das nicht so gut. Mach einfach den Sternenstock. Also der geht doch auf alle, oder? Ne, oder? Ernsthaft jetzt? Der geht nur auf einen? Oh, mein Gott. Oh, okay. Das ist gar nicht gut. Der lebt immer noch. Ähm. Ähm. Ich kann da nicht ausweichen, Mann. Bieten. Bam. Okay, das hat zumindest Damage gemacht. Danke, Merlot. Was zum? Die sind einfach die Luft gesprengt worden. Von sich selbst. Wow. Ähm. Ich bin ein bisschen sprachlos heute in dieser Folge. Wie man es vielleicht merkt. Ähm. Ich heim mich mal mit allen Folien außer Merlot. Der heilt das schon aus. Hey, du da. Denkst, ich sehe dich nicht, du Gaunling. Äh. Dachtest du wohl. Du kommst mir nicht. Diesmal nicht. Äh. Diesmal doch. Schade. Äh. Langfinger. Äh. Das heißt, ähm. Kokos Kumpane hast du zwar nicht deine Münzen dabei, aber dafür etwas anderes. Eine Blumenkapsel. Äh. 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 Einsätzen. 43 Blumen insgesamt. Können wir nutzen. Auwa. Ich hab mir auf meinem Tisch wehgetan. Hey, du da. Denkst, ich sehe dich nicht. Jetzt fliehen die wieder, oder? Äh. Mist. diesmal wäre ich einfach mal ab falls es noch einen dritten gibt was soll das okay was hat er dabei blumen kapsel noch mal die letzte ist hier dann gelatscht oder ja da ist er das sind ein paar mehr als vorhin ich muss ja analysieren deshalb bin ich jetzt im kampf geblieben sonst werden jetzt alle abgehauen auch abwehr und du hast gedanken lesen bitte tue es richtig diesmal danke was denkt ihr euch dabei darf ich wegrennen darfst du das nicht was wollte jetzt tun fast 100 in der unterzahl haben sie keinen bock zu eine blumenkapsel großzügig von euch habe ich schon 45 blumenpunkte insgesamt ach nö oh no ja deshalb sagte ich no bei melo ganz dringend seinen eigenen heal braucht wo sind sie lang gerannt muss raten ich will nicht nein sorry ich habe keine lust auf euch möchte gerade einfach nur hier lang die sind doch hier lang gegangen oder andere richtung ja okay weiß ich halt nicht muss ich nicht ausprobieren sollt ihr jetzt hier doch nicht nee oder habe ich die verpasst oh nein ach nö was passiert denn jetzt schon wieder jetzt bin ich in ruhe ich bin nur hier hau abhauen ach man schweiz meine zeit ne ich weiß es nicht ich habe die glaube ich irgendwo verpasst oder muss ich mich noch mal treffen lassen hier bonk mamma mia okay das zeigt mir halt nur dass er hier wieder lang gerannt ist ne aber es zeigt mir sonst keine richtigen hinweise habe ich irgendwas übersehen es gibt hier so viele orte wo ich bedenke da hätte man noch was machen können da war er gerade was 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 der war gerade hier da ist er da ich bin hier reingerannt kroko bleib stehen bösewicht gib unsere minzen zurück ich denke du kannst hier wohl bleiben das kannst du woanders machen zu hause aber nicht hier du wirst noch sehen was du davon hast so wenig damage schade oh bombe gott okay wie du willst bam bam mhm 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 warum redet sie eigentlich gar nicht ey was zum du willst deine sachen wieder haben dann musst du mich erst einmal besiegen ey was hat er mir geklaut meine items er hat mir meine items geklaut das werde ich dir nie verzeihen nie hörst du an mhm mhm daneben an meiner ach egal anfällig ja aber nicht wirklich Kumpanenwurf oh man was bist du Lakito ein Lakito ähh ähh Gino Strahl ah schade 4-5 sterne leider nicht mehr als das aber ist okay da kann ich mal weiter an da macht nichts mehr nö ne Kumpel das reicht jetzt du gehst jetzt da und ist das genug wir haben die schon mal besiegt und zwar das mal wird es auch ein klacks was verstanden nur weil das hier ein rematch ist heißt das nicht dass du krasser geworden bist verstehst du er versteht es nicht hey oh okay vielleicht ist ein bisserl krasser geworden ich gebe es zu au das tut doch weh hier blödes zeug haust du jetzt ab ich empfehle mich huh immerhin Geld bekommen und eine Blumenbox die habe ich schon nicht mehr gesehen hey du hast deine Münzen wieder und halt das ist ja noch was also und halt da ist ja noch was gewesen was er dir zu gegeben hat Mini Bob Oms okay die hat ja nicht dabei aber ich ich behalte die so 50 Blumenbumpen insgesamt damit können wir schon mal einiges anfangen aber alle sind gehealt das ist auch noch geil und Kumpel ich habe keine helferlein und du hast was zum sprengen klasse damit schaffen wir den Schutt im krallend umdrehen weg Vorsicht ja los weiter in den Stollen bitte der Stern der ist ganz sicher auch dort drin los keine Würdigkeit verschützen das können wir nicht bitte ja hast du recht ich halte euch sicher nur auf guck da los fülle meine kleinen vielen Dankbar ich mach mich besser mal auf den Weg nach hause und sag meine liebsten bescheid keine Sorge wir erledigen das schon für dich Kumpel keine Angst zwei Wege hier doch wo geht es denn lang da sind Bomben die wir vorbei wollen aber sie schaffen Dreck 4 Stück komm schon spielen muss doch nicht gleich so viele einbauen zack Aua 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 Oh bei ihm kein Aua immerhin du 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 ich habe ein Superstern mit dem Superstern sind alle super stark vor allem Mario da 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 keine Bomben während ich hier bin warte was hier ist ne minecart ah ich bin runter gefallen nein vor allem mit dem minecart fahren will ich wissen ob wir hier noch was anderes finden können in dieser Höhle oh Gott ja Gegner vor allem welche die wir gar nicht sehen wollen ich bin nur die Münzen okay ich habe sie nach unserer Reise sind auf jeden Fall stinkreich aber wie es dann weiter geht sehen wir in der nächsten Folge von Super Mario RPG bis zum nächsten Mal ich hoffe ihr habt Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei wenn es dann heißt die Kiddies retten und vielleicht sogar unseren dritten Sterne halten wer weiß Nein oh man Untertitelung des ZDF, 2020